Ah, das war's leise! Mähmäh! Viel besser! Wo bleibt das Gedicht? Bitte, kommen! Und die Musik spielt uns einen Auftrittsmarsch für unsere Künstler! Bitte! Erfaschen nicht, da geht es runter, gibt es keine Lernestunde! Da wird gespielt und wird gelacht, mitunter etwas Krach gemacht! Jeder von uns ist maskiert, Frankfurter und Krapfen werden serviert! Da ist die Hex der Polizist, ein Clown auch darunter ist! Zwei Indianer stehen bereit im wunderschönen Federkleid, ein Cowboy ist auch mit dabei, Seeräuber gibt es gar schon drei! Eine Prinzessin ist auch da und Superman ruft laut Hurra! So feiern wir den Fasching heut, Konfetti wird herumgestreut! Wer da nicht mitmacht, tut mir leid, so tut's man in der Faschingszeit! Am Aschermittwoch ist's vorbei mit lustig sein und Feierei! Danke! 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 Danke!